Moin, heute zeige ich wie die Mission Endeweg funktioniert. Man muss 20 Zombies mit einem Geschütz töten und 10 Soldaten. Ja, als nächstes habe ich mit so einem Geschütz versucht, aber den man feststellt hat das nicht funktioniert. Ja, dann kam ich auf die Idee einen LTV zu nehmen, aber das war ja auch nichts. Irgendwann ist mir eingefallen, dass Geschütz auch als Abschlussserie gibt und dachte ich, ja, das wird voll sein. Dazu muss man in die zweite Zäune laufen und das Geschütz kaufen, kostet 2000. Ja, und einfach irgendwo abstellen, wo die Zombies rumlaufen und warten, bis sie 20 voll sind. Ja, die Soldaten habe ich mir unnötig schwer gemacht, gibt es auch einfache Variante, aber wir haben die Bodenstation verteidigen genommen, diesen Laptop aktiviert und das Geschütz davor gestellt und warten, bis die Soldaten kommen. Das muss man 2-3 mal machen, deswegen lieber 2-3 Geschütze mehr kaufen. Man kann das Geschütze auch von Son Draga abstellen. Oder man macht sich das Gelegen einfacher, stellt ein paar Geschütze auf so einem gepatzten Wagen ab und fährt einfach vor das Lager, wie man den sollte. Setze Geschütze ein! Schütze ein! Entschuldige! Entschuldige! Schütze ein! Es wird nach hier! Es wird nach oben! Der knappe, rein! Atauungs! Die Nerven! Ich kann es auf jeden Fall sein! Wenn! Dichost du! Der knappe, rein! Doppelte Punkte Ich habe ja damit gerechnet, dass es eklig wird, aber doch nicht gleich so Gebiet ist sicher, aber wir müssen wachsam bleiben, damit uns das nicht über den Kopf wegkommt Mit einem Konvoi geht das auch ganz gut Auch einfach die anhalten, Geschütze aufstellen und dann die gestern Die Probleme hatte ich mit dem Tablet Ich hatte die beiden Sachen fertig, nur das Tablet nicht gefunden Ich habe jede Festung abgesucht, aber war nichts da Bis ich auf die Idee kam, nochmal Geschütze aufzustellen und die Söldner zu töten Ja, und die haben dann auch das Tablet begraut Ja, das war's eigentlich mit der Mission Vielen Dank fürs Züten Ja, das war's, ich werde jetzt nachher Ja, das war's, ich werde jetzt nachher Ja, das war's, ich werde jetzt nachher